In einem der letzten Videos, nämlich bei der Widerstands-Messbrücke, habe ich die Kirchhoffschen Gesetze schon mal angesprochen und heute will ich darauf etwas näher eingehen. Es wird also etwas theoretischer und wir werden uns die Anwendung danach an einem Beispiel ansehen. Herzlich Willkommen auf Technik selbst erlebt. Indirekt haben wir die Kirchhoffschen Gesetze eigentlich schon aufgeschrieben, nämlich bei der einfachen Reihen- oder Parallelschaltung von Widerständen. Als erstes will ich die Gesetze in allgemeiner Form beschreiben und dann zeigen, wo man sie ganz pragmatisch anwenden kann, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das erste Kirchhoffsche Gesetz ist der sogenannte Knotenpunktsatz. Von einem Knotenpunkt reden wir dann, wenn mehrere elektrische Leitungen an einem Punkt verbunden sind. Sehen wir uns diese einfache Parallelschaltung von drei Widerständen an. Am linken Knotenpunkt verteilt sich der Strom aus unserer Spannungsquelle auf die drei Widerstände. Und am rechten Knotenpunkt fließen die Ströme wieder zusammen. Und wir hatten das offensichtlicher aufgeschrieben. Die drei Teilströme ergeben zusammen wieder den Gesamtstrom. Genau das sagt der Knotenpunktsatz. Die Summe der in den Knoten hineinfließenden Ströme ist gleich der Summe der wegfließenden Ströme. Also alle Ladungen, die in so einem Verbindungspunkt hineinfließen, fließen irgendwo auch wieder ab. Sie kommen nicht aus dem Nichts und verschwinden auch nicht im Nirvana. Allgemein formuliert ist die Summe der Ströme in einem Knotenpunkt gleich Null, wobei man alle zufließenden Ströme als positiv rechnet und allen Strömen, die herausfließen, ein negatives Vorzeichen gibt. Also in diesem Beispiel I1 minus I2 plus I3 plus I4 minus I5 ist gleich Null. Oder ohne das böse Minuszeichen I1 plus I3 plus I4 ist gleich I2 plus I5. In unserer einfachen Parallelschaltung sind die Stromrichtungen klar, von Plus nach Minus. Bei komplexeren Schaltungen kann man das nicht sofort überblicken. Darum legt man die Stromrichtung am Anfang einfach willkürlich fest. Wenn dann bei der Berechnung ein negativer Strom herauskommt, heißt das, dass der Strom genau andersherum fließt, als wir ursprünglich angenommen haben. Ich denke, trotz des gewaltigen Namens erstes Kirchhoffisches Gesetz ist der Knotenpunktsatz ganz einfach zu verstehen. Das zweite Kirchhoffsche Gesetz ist der Maschensatz. Hier wird ein geschlossener Stromkreis betrachtet wie bei dieser Reihenschaltung von Widerständen. Der Strom ist überall gleich. Allerdings verteilt sich die Spannung der Spannungsquelle über die vorhandenen Widerstände. Das heißt, die drei Teilspannungen ergeben wieder die Gesamtspannung. Und das war es auch schon mit dem zweiten Kirchhoffsensatz. Die Summe der Quellspannungen ist gleich der Summe der Spannungsabfälle. Allgemein formuliert ist die Summe der Spannung in so einer geschlossenen Masche wieder Null. Die Richtung der Spannung ist in unserem Fall klar, nämlich wie die Stromrichtung von Plus nach Minus. Auch bei der Spannungskörne. Jetzt addiert man die Spannung, während man einmal um diese Masche herum geht. Die Umlaufrichtung kann man wieder willkürlich festlegen. Ich nehme die Uhrzeigerrichtung. Die Spannungen, die in Umlaufrichtung zeigen, werden positiv gerechnet, die anderen negativ. Also U1 zeigt in Umlaufrichtung, plus U2, plus U3 und jetzt minus Ugesamt, denn der Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung, ist gleich Null. Bei der Berechnung komplexer Schaltungen ist die Polarität der Spannung nicht gleich klar. Also legt man sie hier auch erstmal willkürlich fest. Bei umgekehrter Polung ist das Ergebnis wieder negativ. Das war jetzt fast schon trivial. Wozu diese allgemeine Formulierung solcher Gesetze? Naja, es gibt Kombinationen von Reihen- und Parallelschaltungen, die nicht ganz so einfach zu berechnen sind. Hier kann man jetzt erkennen, warum man vom Maschensatz spricht. Die beiden Stromkreise sind miteinander verbunden, wie zwei benachbarte Maschen in einem Netz. Wenn es wie hier um eine einfache Widerstandsberechnung geht, können wir uns behelfen, indem wir die Widerstände transformieren, also Sterndreieck oder Dreiecksterntransformation, um das Ganze aufzulösen. Dazu gibt es ja schon ein Video. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn in der Schaltung verschiedene Spannungs- und Stromquellen verteilt sind. Hier helfen uns jetzt die Kirchhoffschen Sätze, wenn wir sie ganz nüchtern darauf anwenden. Und dazu nehmen wir mal dieses Beispiel. Bekannt sind die Spannungsquellen und die Widerstände. Gesucht sind die drei Teilströme. Und wenn wir die haben, kennen wir ja auch die Spannung über den Widerständen über das Ohmsche Gesetz, U gleich I mal R. Da wir drei Unbekannte haben, brauchen wir auch drei voneinander unabhängige Gleichungen, um sie ausrechnen zu können. Die erste Gleichung bekommen wir ganz einfach über die Knotenpunktregel am linken Verbindungspunkt. I5 fließt in den Knoten hinein, ist also positiv. Minus I1 und I4 ist gleich Null. Oder anders formuliert, I5 ist gleich I1 plus I4. Wir können jetzt natürlich auch eine Gleichung für den rechten Knoten aufstellen. Das wäre aber dieselbe Gleichung und nützt uns deshalb nichts. Aber wir haben ja noch das zweite Kirchhoffsche Gesetz und da gibt es drei Möglichkeiten, wie wir es anwenden können. Wir haben einmal diese obere Masche, dann die untere und wir können auch einmal ganz außen herum eine Masche definieren. Bei diesen drei Gleichungen werden aber nur zwei davon wirklich unabhängig. Die andere ergibt sich aus den anderen beiden. Das reicht uns aber, denn wir brauchen ja nur noch zwei Gleichungen. Ich nehme die beiden inneren Maschen und die Umlaufrichtung soll der Uhrzeigersinn sein. Die Richtungspfeile der Spannung sind bei den Spannungsquellen klar und über den Widerständen wähle ich die gleiche Richtung wie die angenommene Stromrichtung. Für die obere Masche ergibt sich U1 plus U2 minus der Batteriespannung 1 plus U3 plus Quellspannung 2 und jetzt aber minus U4 gleich 0. Da wir aber Ströme ausrechnen wollen, müssen wir für die Spannungsabfälle an den Widerständen das Ohmsche Gesetz einsetzen. U gleich I mal R. I1 taucht dreimal auf und können wir deshalb ausklammern. Bleibt I1 mal der Summe aus R1 bis R3. Das ist eigentlich logisch, denn durch die drei Widerstände fließt der gleiche Strom. Die Reihenfolge der Widerstände ist egal. Um die Gleichung noch etwas übersichtlicher zu machen, nenne ich die Summe einfach R123. Und die Maschengleichung für die untere Hälfte lautet I4 mal R4 minus UQ2 plus I5 mal R5 ist gleich 0. Was jetzt folgt ist nur noch reine Mathematik. Wir müssen dieses Gleichungssystem lösen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich setze sie einfach ineinander ein. In die Gleichung 3 können wir für I5 die Knotenpunktgleichung einsetzen. I5 gleich I1 plus I4. I4 lässt sich ausklammern und die Gleichung wird nach I1 umgestellt. Ausrechnen können wir das noch nicht, weil uns noch I4 fehlt. Deshalb setzen wir dieses Ergebnis in die zweite Gleichung für I1 ein. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Rechenschritt auseinandernehmen. Wer Probleme mit dem Umstellen von Gleichungen hat, sollte sich da nochmal das Einführungsvideo ansehen. Ich bringe jetzt die Ausdrücke mit I4 auf die andere Seite der Gleichung, dann verschwinden gleich die Minuszeichen. Und I4 kann ausgeklammert werden. Wenn man durch die Klammer teilt, bekommt man die Formel für I4. Die sieht jetzt nicht besonders schön aus, weil es ein Doppelbruch ist. Natürlich könnte man das jetzt noch weiter umstellen, aber wir können hier auch gleich die Werte einsetzen und ausrechnen. Vorher kontrollieren wir, ob die Gleichung stimmen kann, indem wir die Einheiten kontrollieren. Im Zähler stehen Spannungen. Bei R durch R kürzt sich die Einheit weg. Unten haben wir R² durch R, also Ohm plus Ohm. Spannung durch Widerstand ergibt einen Strom. Soweit stimmt das schon mal. Mit unseren Werten haben wir 9 Volt mal 233 Ohm durch 180 Ohm. Minus 12 plus 9 Volt. Und im Nenner 233 Ohm mal 47 plus 180 Ohm durch 180 Ohm plus 47 Ohm. Ausgerechnet sind das 0,0254 Ampere oder 25,4 Milliampere. Den Wert können wir jetzt in die Formel für I1 einsetzen, die wir aus der dritten Gleichung hergeleitet hatten. Und da kommen wir dann auf 18 Milliampere. Beide Ströme zusammen ergeben dann I5, das sind 43,4 Milliampere. Damit können wir die Spannung an den Widerständen ausrechnen. U1 ist dann 100 Ohm mal 18 Milliampere gleich 1,8 Volt. Die gleiche Spannung haben wir über R3. U2 ist 33 Ohm mal 18 Milliampere, also 0,594 Volt. U4 ist I4 mal R4, das ergibt 1,194 Volt. Und über R5 haben wir rund 7,8 Volt. Ich wollte aber sicher gehen, dass wir uns nicht verrechnet haben und habe das in der Praxis ausprobiert. Natürlich werden wir nicht genau auf die Werte kommen, aufgrund der Toleranzen der Widerstände und der Batteriespannung. Aber die Größenordnung sollte stimmen. Die Spannung über R1 soll 1,8 Volt sein. Das stimmt schon mal ganz gut. Bei R2 liegen wir etwas über den knapp 0,6 Volt. Über R4 stimmt die Spannung sogar ganz genau. Ja und bei R5 haben wir etwas weniger als die 7,8 Volt. Aber im Großen und Ganzen scheinen unsere Berechnungen richtig zu sein. So, jetzt werden einige wahrscheinlich sagen, das sind ja alles nur theoretische Betrachtungen und sind nur dazu da, die Auszubildenden in der Prüfung zu quälen. Aber da wäre ich vorsichtig. Wenn ich mir diese einfache Transistorverstärkerstufe ansehe, erkenne ich sofort zwei Maschen. Das heißt, auch hier können wir zur Berechnung die Kirchhoffschen Gesetze anwenden. Das Ganze hat natürlich Potenzial, dass wir dazu noch mal eine Übungsaufgabe machen, damit ihr euch selbst dran überprüfen könnt, aber dazu später. Für heute soll es das erste Mal gewesen sein. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!